Wir sind die Click & Pack Fulfillment GmbH mit Sitz in Hamburg. Wir sind ein Fulfillment Logistiker, der sich darauf spezialisiert hat, Waren von Internetshops einzulagern, zu verpacken und dann dementsprechend auch zu versenden. Das heißt also Produkte wie zum Beispiel Kosmetik, Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, alles mögliche so aus dem Bereich. Es gibt ja relativ viele Anbieter von Lagersoftware Systemen in Deutschland und wir haben uns eigentlich auch mit fast allen auseinandergesetzt und Pulpo hat uns dabei einfach am meisten überzeugt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass Pulpo uns alle notwendigen Funktionalitäten liefert. Das sind unter anderem die Scan-Funktionalität und dann, dass wir die Möglichkeit haben Lagerbestände hier zu führen und die Kunden können die die entsprechend auch einsehen. Wir haben auch die Möglichkeit MHDs und Chargen hier zu führen, was wiederum auch hilfreich ist für viele Lebensmittelprodukte, die wir hier bei uns im Lager haben. Was uns auch sehr überzeugt hat, war die einfache Einrichtung des Systems, die innerhalb eines Tages erfolgt ist und wenn wir jetzt neue Kunden haben, da unterstützt uns immer der Service von Pulpo, der eigentlich immer erreichbar ist und muss man jetzt mal auch mal sagen, wirklich großartig ist. Warum ich Pulpo besonders gut finde, ist, da die Fehlercode komplett auf Null sinkt und ich erheblich viel Zeitersparnis dadurch habe. Egal was du machst, du hast alles hier sofort auf den Scanner drin, du brauchst nur einmal rüberziehen und da wird dir alles sofort Schritt für Schritt erklärt, wo du hingehen sollst, wie viel du von diesen Artikeln nehmen sollst, welche Packstation du bringen sollst und selbst die Umlagerung, da brauche ich gar nicht mehr extra nochmal einen extra Auftrag machen, oben ins Büro schicken oder so. Ich gehe einfach hin zu einem Platz, scanne ihn, nehme das Produkt raus, so viel ich haben möchte, gehe zum nächsten Platz und scanne ihn da wieder, wo das hin kommen soll und also das ist super leicht. Ich bin seit zehn Jahren in der Logistik und durfte mit ganz vielen verschiedenen Programmen arbeiten und keins war so kinderleicht wie Pulpo. Man kann selbstständig arbeiten, das Lagerteam ist total selbstständig dadurch geworden, sobald wir das Paket im Pulpo verpackt haben, überträgt Pulpo die Sendungsdaten an SendCloud. Das bedeutet die Trackingnummer, die Anzahl der Pakete, die rausgegangen sind und aus dem Status sich das Paket aktuell befindet. Wir als Fulfillment Logistiker bekommen ja immer wieder Anfragen von unseren Kunden, was ihre Wünsche und Bedürfnisse angeht, was die Lagersoftware angeht. Was gut ist, dass man sehr gut mit Pulpo darüber reden kann und die dementsprechend auch auf unsere Wünsche eingehen und demnächst kommen auch ein paar Features, auf die wir uns sehr freuen. Das wird unter anderem das Thema Dashboard sein, das heißt Kunden werden sich in Zukunft im Pulpo-System einloggen können und alle Logistikprozesse, die hier bei uns im Lager passieren, einsehen können. Und was uns sehr weiterhilft und auch sehr viel Zeit erspart, ist das Thema automatische Abrechnung. Das heißt, wir können jetzt einfach aus dem System Pulpo unsere Abrechnung selbst vornehmen und dementsprechend daraus sehr einfach unsere Rechnungen erstellen. Abrechnung selbst vornehmen und Försterig und Service für ministreования Diest